Willkommen zum MS Perspektive Podcast. Ich bin Nele Hanswerker, MS-Patientin, Bloggerin und Autorin. Ich bringe Dir Interviews, Inspirationen und Informationen über das Leben mit MS und zeige Dir Möglichkeiten auf, wie Du die Krankheit positiv beeinflussen und das Beste aus der Diagnose machen kannst. Auf ms-perspektive.de findest Du die Episodennotizen, 11 kostenlose Tipps als PDF und viele weitere Informationen. Und jetzt beginnt die Sendung. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast und willkommen zu Folge 231, der letzten des Jahres 2023, in der ich zurückblicken möchte und es gemeinsam mit Dir Revue passieren lassen werde. Und anschließend gibt es noch einen Ausblick auf 2024, wohlwissend, dass das Leben immer seine eigenen Ideen hat und eine Planung zwar hilfreich ist, aber nicht immer genauso umgesetzt wird. Aber kommen wir erstmal zu den Highlights 2023. Insgesamt habe ich 58 neue Folgen veröffentlicht, angefangen beim Interview mit Ines Pereira zu den Mechanismen von Fatigue bei Multiple Sklerose, mit einer Untersuchung, die mittels funktioneller MRE gemacht wird, also der FAMRI-Studie am 2. Januar, bis zur heutigen Zusammenfassung. Davon waren 22 Folgen mit Experten zu einer Vielzahl an Themen. In 18 Podcasts habe ich mich mit anderen MS-Patienten ausgetauscht und weitere 18 Folgen waren Solo-Beiträge. Allein über die klassischen Podcast-Plattformen wurden dies insgesamt 260 Einzelfolgen, die es jetzt schon gibt, mehr als 45.000 Mal gehört. Und hinzu kommen noch die Hörerinnen und Hörer über YouTube, wo die Aufschlüsselung schwieriger ist, weil dort der deutsche und internationale Podcast zusammenlaufen. Was waren die Top-Beiträge in diesem Jahr? Das war an erster Stelle Nummer 210, wie Sport die Multiple Sklerose beeinflussen kann, das Interview mit Prof. Dr. Dr. Philipp Zimmer. Wenn du es noch nicht gehört hast, gerne reinhören. Nummer 204, 10 Dinge, die du zu MRT bei MS wissen solltest, Interview mit dem Neuroradiologen Prof. Dr. Mike Wattjes, der unter anderem die MRT-Richtlinien, also wie ein MRT bei MS durchzuführen, durchgeführt werden soll, festgelegt hat. Und die Nummer 201, Zucker und Gesundheit, warum eine zuckerreduzierte Ernährung wichtig ist, Interview mit Dr. Franz Werner Dippel. Und diese Auswahl, diese Top 3 zeigen mir, dass dir die Expertenfolgen sehr am Herzen liegen und du es gut findest in verständlichen Erklärungen, mehr über die wissenschaftlichen Fakten rund um die MS zu erfahren. Ich persönlich freue mich sehr, dass sich nach der tollen Kaffeeklatschrunde mit Nadine und Martin, der aufgrund von Familienzuwachs bei Nadine zunächst in eine ungewisse Pause gegangen ist, nun mit Nadja und den Kamingesprächen wieder ein lockeres Talkformat stattfindet, wo wir uns zu verschiedenen Themen rund um die MS im Gespräch austauschen. Ein besonderes Highlight dieses Jahres ist, dass mich die gemeinnützige Hertie-Stiftung beim Etablieren des internationalen MS Perspektive Podcasts für ein Jahr unterstützt. Das Format ist das gleiche wie beim deutschen Podcast. Es gibt Interviews mit Experten, mit anderen Betroffenen, die jedoch teilweise besonders aktiv in ihrer jeweiligen nationalen oder der internationalen MS-Community sind und Solo-Folgen zu wichtigen Themen. Und obwohl erst Ende August 2023 der Start für den Podcast war, sind insgesamt bereits 41 Folgen in diesem Jahr erschienen. Mittlerweile ist der Turnus auf wöchentlich gewechselt. Zum Glück für mich, weil das war ein sehr anstrengender Start. Und übrigens werde ich auch alle englischen Experteninterviews mit einem zeitlichen Versatz übersetzen und auch auf dem deutschen Podcast veröffentlichen. So kannst du für dich entscheiden, ob du sie im Original hören möchtest oder ist dir lieber eine deutsche Übersetzung ist, beziehungsweise vielleicht auch beides. Beim Videopodcast des MS-Zentrums Dresden durfte ich übrigens ebenfalls mehrfach dieses Jahr zu Gast sein und auch auf der Abschiedsveranstaltung der MS-360-Grad-Aktion, die über sechs Monate lief und die einer verbesserten ganzheitlichen Versorgung von MS-Patienten dient. Das Kochduell gemeinsam mit Professor Tjalf Zinsen war dabei besonders spannend und hat Spaß gemacht und es war sehr lecker, was wir da gekocht haben. Ein weiteres Highlight war der Besuch des Ektrims 2023 im Mailand in Italien. Dort fand die diesjährige MS-Konferenz statt, die die größte der Welt ist und an der über 9000 Experten teilnahmen. Drei Tage vollgepacktes Programm mit Vorträgen rund um ein gutes Leben mit MS, neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, allerdings natürlich auch neuen Fragen, die dadurch aufgetreten sind, durch das, was man an Erkenntnis gewonnen hat und das alles im sehenswerten Mailand, gemeinsam mit einem Großteil meiner MitstudentInnen aus dem MSM-Studiengang. Kommen wir mal zu den persönlichen Entwicklungen und meinen Höhepunkten in dem Bereich. Das ist natürlich ganz klar meine Schwangerschaft. An allererster Stelle steht die hier, da freue ich mich ja sehr auf mein zweites Kind, also wenn man mit meinem zweiten Kind schwangert, das voraussichtlich Ende März 2024 unsere Familie auf vier Personen anwachsen lässt. Immerhin hatte ich vor 20 Jahren meinen ersten Schub, eine Sehnerventzündung, die mich in die Kategorie CIS oder KISS, also klinisch isoliertes Syndrom, beförderte. Und in 2024 ist meine eigentliche Diagnose MS, die dann ein Jahr später erfolgte, aufgrund neuer Läsionen im MRT 20 Jahre her. Und es wird krönt mit einem zweiten Kind. Und mir geht's gut, ich studiere, ich habe einen Podcast, alles ist schön. Auch so kann das Leben mit MS verlaufen, ja. Ich weiß, da habe ich auch ganz viel Glück, ohne Frage, aber es kann halt auch sehr, sehr schön verlaufen. An dieser Stelle möchte ich dich auch nochmals dazu ermutigen, deine Träume zu leben, wozu für viele der Kinder Wunsch und die Familienplanung natürlich dazugehört. Die Behandlungsoptionen bei MS verbessern sich stetig, sowohl in der Vorbeugung neuer Aktivitäten, als auch beim Umgang mit zeitweisen oder bleibenden Symptomen. Kinder sind meiner Meinung nach eine ganz große Bereicherung und brauchen vor allem Liebe, Verständnis und Geborgenheit. Keine perfekt funktionierenden Eltern. Aber wenn du keine Kinder möchtest, ist es natürlich genauso in Ordnung. Jeder sollte sein Leben nach seinen Vorstellungen leben und falls dir die MS-Hürden in den Weg legt, dann versuche diese mithilfe der Unterstützungsmöglichkeiten durch andere Menschen und soziale, technische, medikamentöse und weitere Angebote zu meistern. Aber bleib auf deinem Weg. Doch zurück zu mir. Ich nehme im Rahmen meiner Schwangerschaft an einer Studie vom MS-Zentrum Dresden teil und beim MS-Kinderwunschregister in Bochum. Denn nur durch sinnvolle und pragmatisch durchgeführte Studien kann das Wissen um spezielle Teilaspekte der MS wachsen und somit können hoffentlich auch Bedenken Stück für Stück abgebaut werden. Außer eines langsam zunehmenden Bedarfs nach mehr Ruhepausen und weniger wilden Spielen mit meiner fünfjährigen Tochter spüre ich keinerlei Probleme oder Einschränkungen. Aber bitte denkt dran, dass die Schwangerschaft bei MS zusätzlich zur Betreuung durch die FrauenärztInnen, auch durch den NeurologInnen betreut werden sollte. Kommen wir zum Punkt Studium, MSM-Studium. Zu meinem persönlichen Wachstum zähle ich klar die Fortschritte und Erkenntnisgewinne, die ich im Rahmen des Multiple Sklerose Management Studiums gemacht habe. Dieses Kalenderjahr ging es um die Klinikdiagnostik und Praxis, einschließlich der Differenzialdiagnostik, um sowohl falsch positive als auch falsch negative Diagnosen zu verhindern und das Behandlungsfenster zügig nutzen zu können. Denn darüber ist sich ein Großteil der Experten einig. Je früher man etwas gegen das Fortschreiten der Multiple Sklerose unternimmt, umso besser sind die langfristigen Erfolge. Danach kam das Modul Studien und Statistik dran. Sehr anspruchsvoll, aber auch wichtig, um Studiendaten besser zu verstehen und einordnen zu können. Denn um wissenschaftlich bewiesen, sprich evidenzbasierte Medizin zu ermöglichen, müssen Studien sinnvoll aufgebaut sein, ausgewertet werden und die Erkenntnisse in der Praxis angewendet werden. Aktuell, also das Modul haben wir auch schon abgeschlossen, aktuell geht es um die medikamentöse Therapie, die akut beim Schub stattfindet oder vorbeugend in Form der verlaufsmodifizierenden Therapie. Und durch den wissenschaftlichen Fortschritt gibt es mittlerweile sehr viele Optionen, die immer passend zur Person und Lebenslage ausgesucht werden sollten. Und auch langfristige Therapiestrategien dabei bedacht werden müssen, zum Beispiel ein anstehender Kinderwunsch oder das zunächst schnelle Unterkontrolle-Bekommen eines hochaktiven Verlaufs. Und weiterhin bin ich sehr froh darüber, so viele Experten kennenlernen zu dürfen, die bei uns als Dozenten Vorlesungen geben. Das führt dazu, dass ich viel mehr Themen besprechen möchte, als ich in der Lage bin abzuarbeiten. Denn jeder Expertin und jeder Experte erhält vorab einen Fragebogen von mir passend zum Thema. Den muss ich allerdings erstmal ausarbeiten und dann kommt es nicht immer zur Aufnahme. Denn all diese ExpertInnen sind engagiert und haben jede Menge zu tun. Da ist meine Interviewanfrage eine von vielen und fällt natürlich manchmal hinten runter. Da bin ich auch niemandem böse drüber, um Gottes Willen. Gut, kommen wir zum Punkt Selbsterfüllung. Bei all dem Aufwand, den der deutsche und nun auch der internationale Podcast bedeuten, neben einem Familienleben, dem Studium und Aufbau der Selbstständigkeit, ist eins klar. Meine Arbeit macht mich sehr zufrieden und erfüllt mich. Denn ich kann dir auf deinem Weg mit der MS helfen. Und dafür bekomme ich regelmäßig positive Rückmeldungen, die immer gut tun. Aber erst recht, wenn mal wieder viel los ist oder ich mir selbst mehr vorgenommen als geschafft habe. Daher hör bitte, 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 bitte nicht auf, damit mich wissen zu lassen, wenn dir ein Beitrag besonders gut gefallen hat oder du dir mehr Einblick in ein spezifisches Thema wünschst. Ich versuche es zu berücksichtigen und es in einer kommenden Folge aufzunehmen. Aber vergiss bei allem auch nie, dass ich keine Ärztin bin. Ich studiere mit NeurologInnen bzw. welchen, die sich noch in der Facharztausbildung befinden. Und für eine gute und umfassende Behandlung muss man sich mit mehr als nur der multiplen Sklerose auskennen. Denn unser Körper und Medikamente befinden sich im ständigen Wechselspiel miteinander. Untersuchungsergebnisse müssen nicht einzeln, sondern im Zusammenhang betrachtet und gewertet werden. Und das kann ich persönlich nicht leisten. Ich kann dir dabei helfen, die passenden Fragen zu stellen, ein gutes Verständnis der Erkrankung zu entwickeln und zu wissen, wie du positiv Einfluss auf die MS nehmen kannst. Aber die ExpertInnen bleiben die ausgebildeten BehandlerInnen aus den verschiedenen Bereichen. Anerkennung, die gut tut Ganz kurz noch ein paar Worte zum Start des internationalen Podcasts. Es war eine schöne Rückmeldung zu erleben, wie viel einfacher ich an ExpertInnen für Interviews komme, weil ich den erfolgreich etablierten deutschen Podcast vorweisen kann und großartige Interviewgäste, die international bekannt sind und damit Ausdruck für meine seriöse Arbeit. Das hat mich in den letzten Monaten oft stolz gemacht. Die Aussage hatte auch Dr. Haken Kitzler im Interview getroffen. Ein Tipp seines ehemaligen Mentors war es, sich eine Nische zu suchen. Denn in der Nische kann man recht schnell etwas bewegen und auf Dauer auch wirklich Großes bewirken. Ich empfinde die Emanzipation und Ausbildung jedes einzelnen MS-Betroffenen als eine wunderbare Leistung. Denn gut informiert kann man der Diagnose MS viel besser begegnen und in den allermeisten Fällen ein erfülltes Leben mit wenigen Einschränkungen führen. Kommen wir zur MS-Community. Ein großes Dankeschön an dich fürs Zuhören oder Lesen der Beiträge, für den Austausch, für dein Feedback, das du auf einer Plattform gegeben hast und für das Weiterempfehlen des Podcasts. Das bedeutet mir viel und ich freue mich natürlich auch über den 1-zu-1-Austausch mit dir, der manchmal zu konkreten Folgen, aber auch allen möglichen anderen Themen rund um die MS stattfindet. Und an alle meine Interviewgäste geht ein weiteres Dankeschön. Es ist nicht selbstverständlich offen, den persönlichen Weg mit der Erkrankung zu teilen und der Community einen Einblick in das eigene Leben zu gewähren. Aber es tut so unglaublich gut zu wissen, dass man nicht allein ist und aus den Tiefen wieder herausfinden kann. Ich finde es immer wieder erstaunlich, auf was für Menschen ich treffen darf, weil wir die gleiche Diagnose miteinander teilen. Und ein ganz großes Dankeschön geht natürlich an all die Expertinnen und Experten, die bei mir zu Gast waren, aber auch an alle anderen, die sich täglich dafür engagieren, dass ein Leben mit Multiple Sklerose möglichst unbeeinflusst weitergehen kann und die Krankheit nur eine kleine Nebenrolle spielt. Leider ist das nach wie vor nicht für alle die Realität, aber viele schlaue und motivierte Menschen arbeiten daran, dass es eines Tages soweit ist und diese Zukunft greifbarer wird. Ein besonderer Dank geht nochmal an der Stelle an Professor Tjalf Ziemsen, der mich seit Ende 2008 optimal als behandelnder Neurologe unterstützt, aber auch den deutschen und internationalen Podcast von Anfang an gefördert hat und dessen gesamtes Team wirklich großartige Arbeit leistet und Innovation kontinuierlich vorantreibt. Kommen wir zur Podcast-Entwicklung und den Plänen für 2024. Für 2024 stehen regelmäßig Übersetzungen der englischen Expertenfolgen an. Die erste erschien bereits dieses Jahr mit Dr. Alan Calrone zum Thema, wie man Stürze vermeidet. Wenn es sowohl körperliche als auch kognitive Einschränkungen gibt. Im Rahmen meines Multiple Sklerose Management Studiums besuche ich demnächst auch das Neurologische Rehabilitationszentrum Quellenhof in Bad Wildbad. Dort gibt es das Programm REMUS. Ressourcen aktivieren, Eigenverantwortung stärken, ein interaktives Selbstmanagementprogramm für junge und neu erkrankte Patienten mit Multiple Sklerose. Und ich hoffe, dass ich einige der dortigen BehandlerInnen anschließend als Interviewgäste auf meinem Podcast begrüßen darf. Natürlich werde ich weiter zu neuen Entwicklungen bei der vorbeugenden Behandlung berichten, sprich der verlaufsmodifizierenden Therapie, auch Immuntherapie genannt. Ich plane eine Reihe zu den einzelnen zugelassenen Therapien, die ich gerade im aktuell laufenden Modul vom Studium behandle. Derzeit überlege ich mir allerdings noch, welche Informationsbeusteine ich aufnehme. Also gib mir bitte ein bisschen Zeit. Und da Babys manchmal auch früher kommen als gedacht, kann die Planung natürlich ein bisschen durcheinander geraten. Und an sich werde ich auch ganz viele Themen rund um MS behandeln. Also ich greife jetzt bloß ein paar Beispiele raus. Und an der Stelle auch nochmal der deutliche Hinweis, es gibt nicht die eine Therapie, die bei allen wirkt, sondern unterschiedliche Vor- und Nachteile und höhere Wahrscheinlichkeiten einer Wirksamkeit. Daher muss immer die bestmögliche Therapie für einen individuellen Patienten gefunden und gewisse strategische Entscheidungen getroffen werden. Es ist ein Traum der behandelnden Neurologinnen und Neurologen, mit einem oder wenigen Tests genau zu wissen, welches Medikament für ein Individuum optimal wirkt. Aber noch ist dieser Traum leider nicht in Erfüllung gegangen. Auf jeden Fall werde ich versuchen, dass der Podcast weiterhin regelmäßig montags erscheint und ich einfach genug Folgen vorbereitet habe, um die ersten Wochen des neuen Familienglücks voll und ganz zu genießen, ohne fleißig sein zu müssen. Wundere dich also nicht, wenn ich für ein paar Wochen vielleicht keine Nachrichten beantworte. Und natürlich sowas wie die Erkältung gerade im Moment. hindern mich dann immer dran, diesen schönen Puffer aufzubauen. Aber gut, so ist das Leben, nicht wahr? Kommen wir zu den persönlichen Zielen und Erwartungen für 2024. Mein persönliches Ziel im Jahr 2024 ist es, Familie, Podcast und Studium ausreichend Zeit zu widmen. Weder soll meine Tochter, ihr neues Geschwisterchen, mein Mann, die Großfamilie und Freunde zu kurz kommen, noch die beiden Podcasts und das Studium. Ja, es ist sehr anspruchsvoll, nebenher zu studieren und zwei neue Podcastfolgen pro Woche zu veröffentlichen, aber ich werde es versuchen. Durch mein stark angestiegenes Wissen dank Studium braucht die Recherche zum Glück definitiv weniger Zeit. Und da meine lieben Eltern zum Glück gesund und fit sind, werden sie mich gewiss bei der Kinderbetreuung ein wenig unterstützen, damit ich tagsüber immer mal ein Interview führen kann. Denn da kann mein Mann auch nicht helfen, da ist der nämlich gerade auf Arbeit. Der muss dann abends immer mal mit unterstützen. Ob ich dazu komme, endlich ein weiteres Buch zu schreiben oder mindestens meinen Erfahrungsbericht als Audiobook aufzunehmen, weiß ich noch nicht. Das lasse ich mal in der Rubrik Wünsche. Wenn es klappt, super. Aber wenn ich Ende 2024 die primären Ziele mit Familie, Freunden, Podcast und Studium geschafft habe, bin ich bereits sehr, sehr stolz auf mich. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen, dieses Ausblicks, Rückblicks. Und an der Stelle nochmal wirklich vielen Dank an dich. Und bitte lass andere vom Podcast und der Webseite wissen, damit sie auch von positiven Informationen rund um DMS profitieren können und zu mündigen PatientInnen werden. Und falls du meinen Erfahrungsbericht noch nicht kennst, dann bestell ihn gern direkt bei mir. Und unterstütze mich dadurch und nicht den großen Versandhändler, der mir nur noch einen kleinen Betrag überweist. Du kannst übrigens sowohl das gedruckte Buch als auch das E-Book, das E-Pub, aber auch sozusagen die Kindle-Variante bei mir bestellen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere gern meinen Newsletter, so erhältst du interessante Infos rund um DMS und erfährst besonders schnell, wenn ich es doch schaffen sollte, endlich mal neue Bücher herauszubringen. Übrigens, in der nächsten Folge gibt es wieder ein Kamingespräch mit der lieben Nadja, diesmal zum Thema Ernährung mit Tipps, Erfahrungen und dem Grundsatz auf gesunde Ernährung zu achten, dennoch ab und an gelassen damit umzugehen und nicht in völlige Askese zu verfallen. Denn das stresst dann auch wieder. Und wie wir wissen, zu viel Stress ist nicht gut bei Mess. Also, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Rutsch gut ins neue Jahr. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit dir. Und bis dahin. Tschüss. Danke, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du fandest es hilfreich. Vielleicht interessieren dich auch die bereits erschienenen Episoden und Beiträge, die du unter ms-perspektive.de slash podcast findest. Du kannst auch ein kostenloses PDF mit elf Tipps für deine positive Einflussnahme auf die MS unter ms-perspektive.de slash Newsletter halten. Wenn du mit mir in Verbindung treten möchtest, erreichst du mich unter ms-perspektive oder auf Instagram unter ms.perspektive. Bis zum nächsten Mal.